Im 19. Jahrhundert wurde bewiesen, dass alles Lebendige in der Natur nur aus Leben hervorgeht. Omni vivum ex ovo. Urzeugung aus der Materie, Übergänge zwischen Leblosen und Lebendigen, bis dahin als selbstverständlich angenommen, erwiesen sich als Täuschung. Aber gleichzeitig begann die neue Überbrückung. Die organischen Stoffe, bis dahin allein vom Leben hervorgebracht, wurden von Chemikern im Laboratorium aus anorganischen Stoffen synthetisch hergestellt. Zuerst 1828 der Harnstoff. Seitdem erwuchs die moderne organische Chemie. Eine unermessliche organische Stoffwelt bis zu hochkomplizierten Eiweißmolekülen wurde gefunden. Aber alle diese Stoffe sind zwar organisch, aber leblos. Trotzdem wollen viele die Vorstellung nicht aufgeben, eines Tages werde man lebendige Substanz aus den höchsten Eiweißmolekülen, das Leben selber aus der Materie herstellen können. Das aber ist unmöglich. Das Leben ist nicht nur ein höchst komplizierter Stoff, sondern ein lebendiger Leib. Dieser ist ins Unendliche morphologisch strukturiert. Nicht eine, wenn auch noch so komplizierte chemisch-physikalische Maschine, die immer endlich sein und aus kleinen, leblosen Teilen bestehen müsste, wenn sie herstellbar wäre. Und das Leben ist nicht nur lebendiger Leib, sondern das Dasein mit Inwelt und Umwelt, in dem es sich tätig verhält. Apparate des Leibes, der zweckhaft funktionierende Chemismus, die Sinnesorgane und so fort, sind vom Leben hervorgebracht, aber noch nicht das Leben selber. Die Forscher werden noch ungeahnte biologische Gebilde entdecken und herstellen, aber sie werden nie ein Leben hervorbringen können. Große Forscher macht daher ihre Erkenntnis bescheiden. Einstein verlor nicht den Blick für das Geheimnis des Lebens, als er seine kosmischen und atomaren Erkenntnisschritte getan hatte. 1947, anlässlich einer Erkrankung an seinen Körper denkend, schrieb er, ich wundere mich, dass diese unglaublich komplizierte Maschinerie überhaupt je funktionsfähig ist. Er fühlte, wie lumpig primitiv unsere ganze Wissenschaft sei. Und 1952, wenn ich rechne und sehe, so ein winziges Insekt, das auf meinem Papier geflogen ist, dann fühle ich etwas wie, Allah ist groß und wir sind armselige Tröpfe mit unserer ganzen wissenschaftlichen Herrlichkeit. Geheimnis des Elbes La ilaha la ilaha la ilaha la ilaha illallah La ilaha elallah Untertitelung des ZDF, 2020